Wo sind unsere ganzen Seile hin? Oh, eine Truhe oben, glaube ich, muss man gucken. Aber wir haben auch nicht mehr so viele. Wahrscheinlich. Ich hoffe, du rennst hier rum. Hast du geguckt? Ich habe schon ein bisschen Zaun draußen gebaut. Nee, hier draußen hampelt wer rum. Du bist wahrscheinlich nur ein Tier, oder? Ja, du hättest nicht so. Dann geh mal gucken. Okay. So, dann schau. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Treppe ist da. Mach nicht die Tür hier vorne auf. Wie ist er angezogen? Er hat so live nur Stoffklamotten, aber er hat einen Bogen. Ich glaube, ein Helm. Das ist eine Meere. Wie kommen die denn da rein? Ich weiß es nicht. Vielleicht Bug hier drin. Ich weiß es nicht, ob die sich da das scheiß Stein kaputt gehauen haben. Das ist die Frage, was wir machen. Nackt ausziehen und gegen die kämpfen. Nee. Ich habe keine Lust. Wenn ich in die erste Tür reinkomme, dann werden die dich abhauen. Ja, dann machst du die Tür zu. Ich gehe da raus und mache das. Wenn du willst. Ja, irgendwie müssen wir das ja machen. Aber noch nicht. Ich muss hier gerade noch ein paar Sachen wegreißen. 20 Sekunden. Dann habe ich meinen Speer. Du hast beide Türen aufgemacht. Ich habe ja wieder zugemacht. Aufgelassen. Ich muss ans Feuer. Die Scheiße drauf. Ja, ey. Mach mal nichts. Mach nicht Türen auf. Ich guck nochmal, ob er die Scheiße jetzt craften kann. Geh mir so auf den Sack. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt schon die Sachen nicht so nerven. Hast du Kürbisse? Die sind oben irgendwo. Nee, kann man natürlich immer noch nicht. Okay, machen wir noch nichts, ich muss nach meiner Pizza gucken. Ich komm wieder raus. 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 Okay. 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 Okay,jaja. Okay. Egal. Schade. Die sind da unten drin, die fighten. Wenn ich eine Waffe hätte, würde ich rausgehen. Ja, ich muss zwei Minuten warten. Wer haben die vorhin geschossen? Da ist noch ein anderer, der fightet. Du könntest eventuell die Tür aufmachen und einen Schuss mit dem Bogen riskieren. Ich hab den einen nochmal gehittet. Nee, die hauen doch gegen die Tür, oder? Die klopfen an. Ich hab vorhin über einen Schuss. Ja, aber nicht... Oder war das mein... Sag nicht, das war meine Falle. Nein, guck doch. Die könnten doch nicht rein. Nee, war es nicht. Ja, ich muss mir erstmal Pfeile machen. Ich hab nicht keinen. Ja, warte noch am besten. Ich muss drei Minuten warten. Oder beziehungsweise zwei Minuten. Muss ich warten. Ich hab noch null Holz. Wir müssen, wir müssen das so gut es geht, direkt außen mit Metall direkt machen. Sonst bauen wir ja. Wir haben wohl nichts zum Bauen dafür. Ja, im Ofen ist ja noch was. Kontroll hat sich wieder verabschiedet. Okay, den Ofen war noch 685. Eisen? Ja, ja. Pack ich in so eine kleine Kiste daneben. Können wir dann gleich benutzen. Was? Mhm. Okay. Soll ich den verarschen? Ich schreibe mal an, frage ob wir zusammen zocken wollen, und dann bringen wir ihn um. Dann bringen wir ihn um, okay? Nein, wir lassen sie nicht ein. Nein, aber nach oben. Er spielt auf PS5, der Bastard. Die schreit, schreit hallo. Ich glaub, das sind die, die wir gestern gespielt haben. Ja, ja, sind die auch. Ich glaub, die sind sauer. Das kann sein, ja. Weil von der Base ist nix übrig. Ist die weg? Mhm. Entschuldige. Er schreibt dir her. Aber du lässt sie nicht in die Basis. Nein. Ich füge ihn jetzt mal. Okay, Loris, egal was kommt, ne? Wir, wir müssen die umbringen. Okay? Ich lass sie nicht rein. Also, nix sagen. Du weißt. Wie lautet der Türcode? Gut. Ich geh mal mit dem Hammer rum. Ich guck, ob die irgendwas kaputt gemacht haben. Mhm. Ich hab nämlich ein bisschen Angst. Weil die die ganze Zeit rumkloppen. Ich schleiche mich gerade an. Und dann kille ich die mit dem Speer. Versuch ich. Ja, die chillen hier direkt vor der Tür. Und man sieht ja eine scheiß Waffe. Hier ein Speer, der hier rausguckt. Und packt sich da durch. Hm. Ja, ist aber alles safe. Okay. Easy. Ja, das kriegen die auch nicht so. Das ist ordentlich kaputt. Ich schleiche mich immer noch an. Ich bin immer noch dran. Mhm. Ich bin immer noch dran. Loris? Ja? Es ist unsere Möglichkeit die umzubringen. Wie? Die machen nichts. Wieso machen die nichts? ich bin gerade vor den die machen nichts du kannst rauskommen dann musst du macht die tür zu aber nämlich er könnte ich nicht so krass ich könnte ich nicht krass muss auch kurz waren ich warte sicher ist doch keiner vor der tür hängt ganz sicher jetzt gerade nicht ich bin vor der tür deine wollten sperr werfen machen auch was ich habe einen kaputt egal scheiße ich bin tot ja 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 ich brauche einen sperr ich gucke hier unten also wenn einen so machen ich habe gar kein holz ich habe gerade feile gemacht gemacht hast du das holster vom feuer genommen? nee dann mach mal an wieder ich sehe nämlich gar nichts ich muss gucken ob ich den einen hier reparieren kann dann kann ich die türen nicht schließen hä? ja ich kann auch gerade nichts benutzen hä? ich werde rausgeworfen ja, ich auch grund voreinteilen warum wurde ich rausgeworfen? norris? ja fargi? mhm du warst auf einmal weg hm ja ja ich wurde auch rausgeworfen ja schau mal vor wir sind jetzt gebannt hm 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 hm